Gleich nochmal eine Möglichkeit. Wir erleben es Suleimani. Ball noch gut und da ist die erste Chance und das erste Tor für die Wärme Janbeis. Nicolas Mumingamalö. Fünfte Minute 1-0. Man muss aufpassen, nicht sehr früh Argenbedrängnis in Rücklage zu geraten. Nächste Flanke, nächste Chance, aber diesmal kein Tor. Riesenparade von Jeremy Frick. Jetzt geht es im Ballverlust. Stefanovic, bester Genfer. Soutier. Gut und das ist die dicke Chance Dispare für Wüthrich. Und jetzt hat es auch von Balboos mal gebraucht. Erneut. Blitzauber gespielt. Soutiers Flanke exakt auf dem Kopf. Boah. Bum, Bum. Ergab wird die gelbe Karte geben. Und zwar zu Recht. Da ist er sehr, sehr rücksichtslos in dieses Duell gegangen. Jetzt geht es über die andere Seite, über Timotec Gonya. Noch Gonya. Vorsicht. Und der Ausgleich. 31. In der 30. Minute. Sebastian Wüthrich trifft für Servet. Erster Treffer seit dem Aufstieg. Ein Rennen mit ganz viel Tradition. Stefanowitsch. Gespielt. Chance jetzt für Wüthrich. Zentimeter am Tor vorbei. Stefanowitsch. Tolle Vorarbeit. Und Wüthrich. Also, der darf sich den Ball da noch zurechtlegen. Es gibt keine Lücken. Finden sie einfach nicht. Deshalb muss man es mal auf der Distanz probieren. Kein schlechter.